Ich bin Antonia, 16 Jahre alt und ich habe einen Traum. Ich möchte Autorin werden und das nicht einfach nur, weil ich Harry Potter gelesen habe, Herr der Ringe und und und. Nein, ich möchte die Menschen da draußen an meinen Gedanken teilhaben lassen. Ich möchte etwas erreichen. Ich möchte in vielen Jahren nicht in einem Zimmer hocken und in meinen Papieren ersticken. Ich möchte mit meinen Büchern in den Köpfen von Jugendlichen die Fantasie auflodern sehen. Ich möchte, dass die junge Generation wieder anfängt zu lesen, Spaß daran findet. Schreiben bedeutet für mich absolute Freiheit. Einfach darum, weil die Worte mir selber gehören. Weil sie mir von niemandem genommen werden können.